Du hattest die ersten drei Wochen im Monat. Wie hast du das Zeit gespürt? Ja, wir haben nicht oft zwei Tage gespürt. Ich habe Zeit mit meiner Familie in Oldenburg, in ein paar lieben Restauranten, in den Allentis-Swimmingpool mit meiner Tochter und hatte ein gutes Weekend. Let's talk about your season. Du hast dich als einer der besten Big-Männer in der League. Was sind die Gründe dafür? Ich denke, wir spielen sehr gut als Team. Es ist sehr komfortabel hier mit dem Team, mit den Trainer, mit den Trainingsstaff. Ich denke, ich fühle mich sehr sicher und komfortabel. Und mit guten Team-Männern, wir haben den Ball gespürt. Es ist einfach eine gute All-Around-Saison für unsere Team. Es ist einfach zu arbeiten in diesem System. Wir werden immer weiter und immer weiter verbessern. Wir werden jetzt morgen gegen Strassburg gegen den Ball gespürt. Du hast bereits über die Gegend gesprochen. Was ist das Ziel, um das Spiel zu gewinnen? Sie sind natürlich ein guter Team. Sie sind am Topf der französischen Liga. Wir müssen einfach unser Styl des Basketball spielen. Wir müssen wirklich gut spielen. Wir müssen 100% auf der Gegend fokussiert sein. Wir müssen 100% auf der Gegend fokussiert sein. Ich denke, wenn wir mit dem Fokus gehen und 40 Minuten unser Basketball spielen, können wir es gewinnen. Wie schwer wird das sein? Es wird sehr schwer sein, dass wir in Strassburg ein sehr fysisches Spiel spielen. Dann fahren wir auf den Bus, fahren wir nach Hause, dann werden wir später die Nacht und dann haben wir ein Spiel gegen Hagen gegen den Freitag. So, es wird ein schweres Turnaround sein. Aber mit der Fans' Unterstützung, mit der Fans' Unterstützung, mit der Fans' Unterstützung, mit der Fans' Unterstützung, mit uns auf die Fokus auf den Spiel, und mit uns auf die Fokus auf den Fokus auf und zu wissen, dass wir das Quick Turnaround haben, ich denke, wir können es machen. Wir können es machen. Wir haben uns vorbereitet für die Spiele in einem Tag bevor, und wir können es wieder machen. Wir brauchen Unterstützung, und wir können unsere Besten. ... ... ... ...